Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Blazköpfer. Weiter geht es mit der Gothic 2 Atari Edition. So, äh, was schaust du uns denn so an? Also das lassen wir uns hier überhaupt nicht gefallen. So, das lassen wir uns hier natürlich nicht gefallen. Mir ist gerade erst so eingefallen, dass, wenn ich hier fertig bin mit den ganzen Bürgern, dann muss ich aus Korinus raus in die große, weite Welt. Ganz alleine. Nicht mehr in den schützenden Mauern. Dann zeigt sich's. Dann geht's mehr oder weniger. Ups, das ist richtig lustig. Ich wollte dich eigentlich gar nicht ansprechen. Ich wollte eigentlich deine Freundin hübschen dann, mit der du dich gerade noch unterhalten hast. So, Dolch. Du hast keinen Dolch-Anliegen, oder? Doch, das heißt, dich habe ich noch nicht gehauen. Abspeichern und umhauen. Für die nächsten 100 EP. Und 12 Gold und eine Bürste oder so. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich die Bürger bei Aldrich da hinten nicht vergesse. Da stehen, glaube ich, noch drei Stück oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich mit Meldo anliegen sollte. Das ist soweit ich weiß, der Schläger von Lema. Und als Schläger hat er bestimmt ein bisschen mehr drauf als diese ganzen Bürger hier. Ups, auch. Nicht schlecht. So, ich probiere es trotzdem mal, aber ich meine, wobei, das probiere ich lieber nicht. Ne. Da kann ich später nochmal zurückkommen und ihn umhauen, wenn ich ein bisschen mehr, ein bisschen was in Kampffertigkeit investiert habe oder Mana oder... Also ich tendiere immer noch zu Magier. Ich denke mal, das werde ich vermutlich auch machen, weil Magier gefällt mir einfach am besten. Aber ich werde noch keine LP für Mana oder so ausgeben, sondern ich denke mir, ich werde erstmal einen Speicherstand anlegen, wo ich sozusagen Freiheiten habe. Also bevor ich hier ein Lehrling werde und bevor ich mich für eine Gilde entscheide, werde ich erstmal so einen richtig schönen Speicherstand machen, dass ich dann, wenn ich mich entschieden habe, richtig LP investieren kann. So, hallo Alvin. Ähm, du... Erstmal abspeichern. Du hast, glaube ich, was dagegen, wenn ich dich verhaube. Ich probiere es trotzdem mal. Oh, der schlägt zweimal zu. Das könnte schwierig werden. Mach ihn fertig! Ja, ja, das wird nicht klappen. Ja, wenn er mich umhaut, dann haut er mich um. Mach ihn fertig! Ja, gute Gothic-Spieler würden den wahrscheinlich umhauen, aber... Nee, das macht keinen Sinn. Ich mache auch zu wenig Schaden. Das reicht nicht. Um den werde ich mich wann anders kümmern müssen. Aber ich könnte deine Frau verprügeln. Mal schauen, ob du da was dagegen hast. Kann ich die Feldrüben mit dem? Oh ja. Feldrüben. Wobei, die brauche ich, glaube ich, nicht mal für Alchemie. Habt ihr was dagegen, wenn ich meine Waffe ziehe? Nein. So, dann verhaube ich dich mal. Mach ihn fertig! Gerade noch gemütlich hier den Garten gepflügt und... ...zwei Minuten später... ...mitten im Kampf. Aber gut, so ist es halt. Mach ihn fertig! Wenn es hier im Hafenviertel lebt, dann muss man sich verteidigen. Mach ihn fertig! Keine Angst, du darfst dich gleich wieder um deine Gartenabot kümmern. Mach ihn fertig! Und die Lucy hinter mir kriegt auch noch gleich ordentlich eine drauf. Mal schauen, ob Alvin da was dagegen hat. Sehr schön. Jetzt treffen sie mich zwar ein paar Mal, aber sie kippen wenigstens nicht mehr so oft. Autsch. Nicht schlecht. Ich will es mal nicht verschreien. So, wo ist dein Dolch? Da. Der bringt wahrscheinlich ihn nur ein Gold, aber ein Gold ist besser als nichts. So. Äh, Hacke, Sichel, alles meins. Kleine Sense, alles meins. So, abspeichern. Hallo Lucy. Autsch. Das hat gerade da oben den Dialog gecancelt vom Marktschreier. Beziehungsweise ist es ja kein Marktschreier. Ja, das ist eher so ein, wie nennt man die Herolde? Marktschrei ist es ja nicht wirklich. Mach ihn fertig! Ach komm. Okay, bei Alrik steht niemand, sehe ich. Also die Bürger sind entweder, die werden wahrscheinlich irgendwo vorne stehen am Hafen. Wahrscheinlich habe ich die eh schon verhauen. Ich glaube auch, dass ich die Arbeiter bei Garvel nicht verhauen kann, weil die auch ziemlich stark sind. Ah, das werde ich gleich sagen. Wenn ich hier, wenn Lucy hier endlich mal umfällt, dann kann ich mich auch mal um die anderen kümmern. Denn hier wollen ja noch mehr Leute bedient werden. Mach ihn fertig! Soll ich stecken bleiben? Komm her. Wenn ich wenigstens ein paar Mal kritten würde. Ja, weil, da ich wie gesagt, sehr schön, da ich wie gesagt zu Magier tendiere, werde ich wohl nicht viel in Stärke investieren. Aber ich überlege immer noch in Geschicklichkeit zu investieren, weil ich halt in einem Taschendiebstahl wenigstens ein paar Leute beklauen kann. Haben wir noch überlegen. Ich werde wahrscheinlich den Geschicklichkeitstrank leeren. Und euch kann ich noch verhauen. Den Geschicklichkeitstrank. Denn Kronstöckel brauche ich meines Wissens nach für die permanenten Mana-Tränke nicht. Deshalb brauche ich die Kronstöckel... Ähm... Äh, was wollte ich sagen? Ja, deswegen brauche ich die Kronstöckel auch nicht aufzuheben, bis ich, ähm... Also für das Magier-Dasein aufzuheben. Die werde ich dann für die Geschicklichkeitsstränke ausgeben. Weil Taschendiebstahl werde ich schon lernen. Wie gesagt, ich beklaue gerne Leute hier in Gothic. Und auch in Risen und auch im echten Leben. Und... Ja, dazu brauche ich Geschicklichkeit. Im echten Leben habe ich sie nicht, aber hier kann ich sie erlernen. So. Du kriegst jetzt auch mal... Ähm... ...auf die Nutzer. Autsch. Der hat ein... Der hat ein normales Schwert. Oder so. Oder ist das ein Deutsch? Naja. Er hat mich auf jeden Fall gerade gekrittet. Aber... Ja. Das haben wir noch im Griff. Ja, solange die, wie gesagt, wenn die nur noch einmal zuschlagen, dann sind die richtig schön im Zaum hier zu halten. Aber später die Orks, die... Die gehen mit ihrer Waffe schon ein bisschen anders darin. Die werden es mir ordentlich... Äh... Ja. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. An Orks muss ich sowieso erst nochmal überhaupt nicht denken. Also ich habe hier erst nochmal andere Sachen zu tun. So, jetzt probiere ich mal einen von den Arbeitern hier zu verkloppen. Jetzt gehe ich nicht schlafen. Ich esse schon mal irgendwas. Wie viele Äpfel geben ein Stärke... Die hebe ich nochmal auf. Die Äpfel. Die fange ich später an zu essen. Jetzt esse ich mal die Dinger, die keinen prozentualen Lebensenergiebonus geben. Ja, jetzt hängt es wieder. Hat wieder kurz gehangen. Das ist... Ja, der Rinderer. Aber für die Grafik nehme ich viel in Kauf. So, hallo Arbeiter. Schaue ich mal, ob ich dich verhauen kann. Hat jemand was dagegen will? Ich will die Waffe ziehen. Das heißt, momentan muss ich glaube ich 50 Gold zahlen. Bin mir aber nicht sicher. Schauen wir mal. Der Besser schlägt nur einmal zu. Also muss es momentan noch... Komm her. Ja, der geht auch ganz gut runter. Habe ich vielleicht ein, zwei Mal geguckt. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ah ja. 100 dp ging auch gut weg. Passt. Beim Gabel werde ich es auch gleich mal probieren, den umzuhauen. Aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass der mich umhauen wird. Aber das werden wir testen. Das werden wir alles testen. Denn wer nicht... Wagt ja nichts gewinnen. In die Ecke dränge ich die ehrlich gesagt nicht so gern, weil dann verhalten die sich ein bisschen anders da. Momentan geht es gerade nicht anders. Ach, was für ein Sauwetter. Ja gut, das lief ganz gut. So, jetzt probiere ich es mal bei Gabel, aber wie gesagt... Ups. Nichts will ich. Jetzt probiere ich es mal, aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht klappen. Denn, soweit ich das in Erinnerung habe, ist er ein recht guter Kämpfe. Ja, der schlägt zwar. Vergiss es. Ne, ne. Aber ein Versuch war es wert. So, Brahim. Ich bin mir nicht sicher. Ich hau Händler ehrlich gesagt nicht gerne um, weil wenn man Händler umhaut und die dann plündert, dann verhält sich den hier Inventar komisch. Also den hau ich lieber mal nicht um. So, du trägst glaube ich noch eine Waffe. Ja, das heißt, dich habe ich noch nicht umgehauen. Weg mit der Waffe. Ja gut. Der ist egal, weil das ist sowieso der, den ich vorhin umgehauen habe. Das heißt, der beschwert sich sowieso schon über mich. Also müsste ich momentan eigentlich bei 50 Gold bleiben. Die Leute aus dem oberen Viertel werde ich... Also nicht aus dem oberen Viertel, sondern aus dem... Ja, pff. Wie nennt man das? Mittleres Viertel? Oh, shit. Handwerksviertel, die werde ich auch gleich probieren umzuhauen. Da wird es aber nicht ganz so einfach. Jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Beziehungsweise sterben tue ich sowieso nicht. Aber dass er mich jetzt hier nicht umhaut. Und das wäre jetzt blöd. Ja, ich lege mich da noch gleich mal hin. Ich will hier schon mit vollem HP an die Sache rangehen. Ja, stirbst du jetzt mal? Also sterben bitte nicht, weil dann... Weil dann kriege ich richtig Ärger. Ja, ja, was für ein brutaler Kerl. Ich überlege gerade, meine Vergessensspruchrolle nehme ich nicht auf den Bürger her, weil... Also auf den hier, der sich hier schon über mich beschwert, weil... Die Vergessensspruchrolle kostet 100. Und ich zahle momentan, wie gesagt, glaube ich, nur 50. Du hast ja auch noch eine Waffe an. Also ihr wollt sie ja... Ihr braucht sie ja alle noch. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. Weil, wie gesagt, die ganzen HP-Heilungs-Items, die will ich mir noch aufheben. So, aber nachdem bin ich dann im Hafenviertel eigentlich soweit erstmal durch. Das hat auf jeden Fall schon mal richtig IP gegeben. Das war sehr, sehr, sehr schön. Werde ich direkt alles wahrscheinlich dann in Mana oder so investieren. So. Hier drin verhaue ich niemanden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich könnte man die hier umhauen, aber... Das mache ich nicht. Ich weiß nicht. So, wo bist du? Du, da bist du. Dich will ich noch umhauen. Danach sollte ich, glaube ich, alle haben. Selbst wenn ich jemanden vergessen habe, ja mal. Ich werde mal jetzt dann probieren, einen aus dem Handwerksviertel umzuhauen. Weil, da gibt es eine Möglichkeit, wie das funktioniert. Das wird zwar richtig teuer, aber... Weil, die werden sich dann auf jeden Fall bei anderen über mich beschweren. Aber soweit ich weiß, man kann die Waffe vor denen ziehen, bis die sagen, steck die Waffe weg. Und dann laufen sie dir irgendwann hinterher. Und wenn du dann irgendwo in eine dunkle Ecke läufst, dann kannst du sie umhauen. Also, so meine ich das noch in Erinnerung zu haben. Das Problem ist nur, dass sich dann halt jeder aus dem Viertel über mich beschwert. Und 50 Gold pro Person, das wird richtig teuer. Wie viel Gold habe ich denn? 144, Mann, ich bin ja richtig reich. Aber gut, jetzt müsste ich hier durch sein. Den Jack, den greife ich nicht an. Der macht mich auch kaputt. So, die Arbeit, da habe ich. Die Lagerhauswache da drin. Die kriege ich ohne Magie auch nicht kaputt. Aber ich habe eh noch kein Mana, um... Jetzt mache ich erstmal das Vergessen weg. Ich habe eh noch kein Mana, um irgendeine Magiespruchrolle anzulegen. Also, das muss ich mal nach hinten verschieben. Abgesehen davon brauche ich das Krautpaket noch gar nicht. So, jetzt speichere ich mal ab. Denn egal, welche... Springen hier mal bitte runter, ohne zu sterben. Egal, welche Gilde ich mache, ich werde wohl noch zu den Söldner gehen und die ganzen Aufnahmequests erledigen. Weil die geben schließlich auch alle EP und Gold. Also, ich werde mich von Laris wahrscheinlich da mal hinführen lassen. Zu der... Zum Söldnerhof dann. Und auf dem Weg schauen, dass ich ein paar Viecher tue. Schwimmt da unten Rochen? Ist mir noch nie aufgefallen. Oder ist das nur ein Stein? Ich weiß es nicht. Jetzt gehe ich lieber mal aus dem Wasser raus. War das gerade ein Viech, was ich hier gehört habe? Da hinten schwimmt doch auch irgendwas rum. War das vorher auch schon so? Kann ich unter Wasser? Sehe ich da was? Ne, da sehe ich nichts. Nichts Scheiß. Egal. So, jetzt gehe ich erstmal zu Skip. Hier müssen noch irgendwelche... Muscheln liegen. Ich könnte die alten mal auf den O-Steintafeln der Magie, die werde ich auf jeden Fall brauchen. Ah, Wornmuschel. Ich werde jetzt mal... Wobei, ich sammle erstmal die restlichen ein und dann mache ich mal alle Muscheln auf. Und schau mal, was ich so rausziehe. So, hallo Skip. Keine Angst, ich werde mich gleich mit dir unterhalten. Jetzt will ich erstmal kurz gucken, dass ich hier alles einsammele. Klappmuschel. So, immer mal zwischenschweichern kann nicht schaden. Da geht es glaube ich noch weiter nach der Bucht. Aber soweit ich weiß, sind da drüben Warane. Und um die kümmere ich mich später. Weil die machen mich kaputt. Es wäre wahrscheinlich möglich, mit viel hin und her die irgendwie umzuhauen. Aber das ist mir zu heiß. Die machen mich kaputt. So, hier liegt noch eine Hornmuschel. Jetzt sehe ich sonst keine mehr in dem Haus. Ist da noch irgendwas drin? Ja, der Rinderer macht sich etwas bemerkbar. So, nichts. Hier liegt auch nichts mehr. Jetzt schaue ich mal kurz den Boden an. Ich sehe jetzt aber auf die Schnelle nichts. Außer hier vielleicht. Hornmuschel. Okay, soweit, so gut. Dann quatschen wir mal mit Skip. Beziehungsweise erstmal, hier ist eine Truhe. Ah, die geht auf. Sehr schön, die muss ich nicht mal knacken. 32 Gold. Die nehme ich doch sehr gerne. So, hallo Skip. Apropos Baltram. Mir fällt ein, ich habe die Quest bei Laris nicht abgegeben, dass ich für einen Ersatz gesorgt habe. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinis. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Völlig entrüstet. Ja, es macht, glaube ich, alles keinen Unterschied, aber... Äh, ja, muss ich dich kennen? Muss ich dich kennen? Jetzt sagen wir nicht so vorlaut, Bursche, sonst lernst du den alten Skip mal kennen. Baltram. Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz Schlauer, was? Das hab ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem Kleinkrimer hat mich wohl vergessen, so wie's aussieht. Der soll mir nochmal in die Finger kommen, sag ich dir. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde die das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen. Die Insel Korinis ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt da durch. Es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Aber wir werden uns schon bald wiedersehen, Skip. Eine Menge Einwohner werden vermisst. Und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Ach, verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kran. Naja, das eine oder andere war Schmuggelware. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Das werden wir bald herausfinden, was die damit mit den Leuten vorhaben. Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pakt, das sich ja überall auf der Insel breitmacht. Und nicht nur hier um Korinus. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werd dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Wir werden uns dort trotzdem bald wiedersehen. Beziehungsweise in eurem Piratenunterschlupf. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Ah, du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt. Wie hieß denn der Hund nochmal? Dexter. Ach, mir fällt der Name von dem Karl nicht mehr ein. Dabei war er eigentlich ganz einfach zu merken. Dexter! Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Korinus finden kannst. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Beziehungsweise Raven, je nachdem, wie er gemeint hat. Ja, hier, ich hab eine. Hier. Ich habe eine Landkarte von Korinus. Gut, dass ich sie noch hab. Das ist gut. Dann werde ich dir den Sitz von diesem Kerl einzeichnen. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Hier, deine Karte. Vielen Dank. So. Dann werde ich mich auf jeden Fall gleich mal mit Baltrum unterhalten. Ach, es regnet schon wieder. Es sieht einfach schön aus. Ich weiß nicht. Ich fühle mich hier in Korinus echt zu Hause. Aber jetzt kann ich da eine Pfanne mal benutzen. Fleisch braten. Alles. Alles Fleisch gebraten. So will ich das. Apfeltabak. Ja, ich könnte mal an Alchimite schauen, ob ich schon in der Lage bin, den Apfeltabak mit irgendwas zu mischen. Es gibt, glaube ich, viele Kombinationen. Man kann die, glaube ich, mit Honig mischen. Mit Sumpfkraut. Und. Ach, mit was weiß ich was noch. Aber. Ich glaube, Aboujin will den mit Honig. Oh, und eine Steintafel. Wie viel habe ich? Habe ich eigentlich drei schon, um Erol zu bezahlen? Nein, ich habe nur zwei. Was heißt zu bezahlen, aber Erol will ja welche haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und seinen Namen richtig in Erinnerung habe. Zwei Stück, wo kriege ich denn noch eine dritte her? Erstmal abspeichern. Weil, wenn ich hier so über die Berge gehe, da ist die Chance immer recht hoch, dass es mich von hier runter haut. Aus der Höhe zu fallen, wäre jetzt nicht unbedingt so gesund. Aber hier spare ich mir vielleicht ein bisschen Zeit. Komme ich hier eigentlich irgendwie hoch? Ähm. Speichern. Uh, das war eng. Das hätte böse ausgehen können. Aber gut, äh, Laris. Laris, da war was. Ich muss mal kurz mit Laris sprechen. Dann ist er nämlich in der Lage, uns zu begleiten. Ist das wirklich wahr? Und dann können wir mit Laris bald auch mal losziehen. So. Ja, mit Baltram. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinenring behältst du am besten erstmal. Vielleicht kommst du ja auf die Idee, dich uns anzuschließen. Aber sowas von. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Ja, die haben nicht so eine zolle Meinung von mir. Wegen der Events aus Gothic 1. Was hast du gemacht, um die Wassermagier zu beeindrucken? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Ja, das ist wohl so. Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Korinis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden dich im Auge behalten. Alles weitere wird sich zeigen. Alles cool, Nahrung. Verstehe. Du kannst auf mich bauen. Wegen der verschwundenen Leute. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Oder bis ich alles erledigt. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat doch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdbooten verschluckt. Ja, das ist wohl so. Ja, Gemeinschaft anzuschließen. Ich tendiere, wie gesagt, immer noch zu Magier, aber ich werde den Spielstand erstmal so erstellen, dass mir immer noch alle Möglichkeiten offen bleiben. Jetzt müsste er uns, glaube ich, begleiten. Ich spreche erstmal ab. Weil noch will ich nicht mit ihm mitgehen. Ich will nur mal gucken, ob er es jetzt schon macht. Ja, jetzt kommt er schon mit uns hin. Jetzt will ich nur mal gucken, ob jetzt nichts kaputt gegangen ist. Okay, lass uns gehen. Nicht, dass irgendeine Dialogoption jetzt vielleicht verschwunden ist. Nee, alles klar. Alles da. Gut, Laris ist bereit, uns zu begleiten. Das wird aber ein richtig langer Weg. Da werde ich erstmal schauen, dass ich in Korines all meine Sachen erledigt habe. Zum Beispiel mal aufs Festlock zu drücken. Piratenhandel, genau. Das könnte ich gleich machen. Ablösung für Laris. Was muss ich dafür noch machen? Vielleicht kann Laris jetzt... Okay, das geht vielleicht weg, das Quest. Sobald ich mit Laris irgendwo hingehe. Waffländer, der Banditen kann, ist außerhalb. Stand, Hafen, Joe. Leere den Kugeln, am Zug ist alles außerhalb. Banditen, außerhalb. Außerhalb, außerhalb, außerhalb. Ist alles außerhalb. Alles klar. Piratenhandel kann ich noch machen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Und dann bin ich fast schon... Bin ich dann fast schon durch hier. Das ist doch schrecklich. Also so mit den Standardsachen, die sich so erledigen lassen. Halt! Ich habe doch Valentino verprügelt. Ach, jetzt könnte ich mit Koragon... ...ähm... ...noch mal sprechen. Und hier mit Regis. Ich habe Valentino getroffen. Und? Ich habe ihm eine ordentliche Abreibung verpasst. Das hat er verdient. Hier, diesen Ring habe ich bei ihm gefunden, als wir unsere kleine Auseinandersetzung beendet hatten. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der meine Tracht Prügel verabreicht. Weißt du, Regis, das werde ich sogar gleich erledigen. Denn der liebe Koragon hat uns was zu erzählen, wenn ich mich nicht völlig irre. Die Typen hier sind auch neu, die wollte ich mir vorhin schon angucken. Die Missionär, die sagen mir auch noch nichts. Die hat Atari auch eingefügt. Ich spreche mal mit ihm. Oh, die sehen cool aus. Okay, das sind aber nur die Standard-Dialoge von den normalen Bürgern und Milizleutern. Valentino konnte letzte Nacht seine Zeche nicht bezahlen. Er hat irgendwas gefaselt. Er wäre ausgeraubt worden und würde später bezahlen. So was. Ich weiß nichts davon. Und? Was hast du gemacht? Na, ich habe ihm eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Was sonst? Hier. Hier, nimm diesen Ring. Was? Ich verstehe nicht. Er gehörte Valentino. Du kannst ihn ja an den nächsten weitergeben, der ihm eine Tracht Prügel verabreicht. Na, schön kann ich eigentlich deine Truhe plündern, ohne dass du was dagegen hast. Aber das wirst du wahrscheinlich merken. Was, das merkt er gar nicht? Ja, ich bin halt ein Meisterdieb, ne? Also, das ist schon, habe ich mich schon gut versteckt. Ja gut, das hast du nicht, das hast du nicht gepostet. Ja gut, das geht nämlich natürlich gerne. Pablo, hast du mir eigentlich noch was zu erzählen? Ich habe dich noch gar nicht über alles ausgefragt. Was weißt du über die Banditen? Sie kommen alle aus der verdammten Minenkolonie. Aber es gibt etliche Splittergruppen. Einige haben sich in die Berge verkrochen und wieder andere haben sich dem Großbauer Ona angeschlossen. Aber am meisten Probleme machen die Banditen, die sich in der Nähe der Stadt herumtreiben. Sie sind der Grund dafür, dass sich keiner der Händler mehr vor die Stadttore traut. Sind das vielleicht sogar die, die ich schon umgehauen habe? Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Wir haben sie in der Nähe des Großbauern aufgegriffen. Aber sie sahen nicht aus wie Onas Leute. Ich denke, sie gehören zu einer kleineren Gruppe, die sich irgendwo in der Nähe von Onas Hof in den Bergen verkrochen hat. Aber wenn du vorhast, da hinzugehen, muss ich dich warnen. Die Halsabschneider machen mit jedem kurzen Prozess. Ich werde es mir merken. Wie ist die Lage? Zur Zeit ist es ruhig. Nur die Banditen vor der Stadt machen uns Probleme. Gut. Hier habe ich nichts Neues herausgefunden. Ich muss mal kurz hier hinten gucken. Ich glaube, hier war nie ein Item, aber wer weiß, was hier versteckt worden ist? Nee. Nach wie vor nichts. So, für Abu Djin kann ich noch Tabak machen. Hat Bartok mir was zu sagen. Alles klar. Und sich angemessen zu bewaffnen. Ja, aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht in nächster Zeit. Der Schreck mit dem Ork steckt mir immer noch in den Knochen. Dafür hat er sich gut geschlagen. Jetzt sagt er zumindest nicht in nächster Zeit. Vielleicht kann man ihn sogar in einem späteren Kapitel nochmal mit rausnehmen. Das weiß ich gar nicht. Hallo, Wirt. Hey, komm näher. Mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Ja, immer gern. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob hier vielleicht es neue Items gibt. Soweit ich weiß, liegt hier nichts. Aber wie gesagt, man kann ja nie wissen. Sieht aber nicht so aus. Nein. Gut, wir haben hier Ulf und Dranka. Al-Budgin, mit dem kann ich momentan nichts machen. Ja, Lemas Schuldenbuch könnte ich mal klauen, aber... Joach, geschickt ziehen. Da komme ich natürlich mit meinem Taschendiebstahl da nicht besonders weit. Ach ja, da war ja noch ein Quest. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Ich will ihnen keine Konsequenzen. Ich frage ihn erst mal. Hattest du keine Angst, erwäscht zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Was du nicht sagst, Ovas? Natürlich. Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis. So viel ich weiß, kann man denen nur mit einer Kogol, einem Schiff, erreichen. Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen. Auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nabo. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinis kriegen kann. Ich werde den Handel für dich abwickeln. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinis zur Zeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. Drei Flaschen sollten es schon sein. Ja, es werden wahrscheinlich weniger. Das war alles, was ich wissen wollte. Das Quest werde ich gleich erledigen. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier, während ich da bin, noch was machen kann. Ach, er hat zugerissen. Die muss ich doch auch noch leer kaufen. Zeig mir deine Ware. Oh Gott, es wird auch noch teuer. Ruter Tränenpfeffer. Also ich brauche auf jeden Fall den Eisblock. Den werde ich mir sofort kaufen, weil das Geld brauche ich so oder so. Äh, beziehungsweise den Eisblock brauche ich so oder so. Und Tote vernichten werde ich auch brauchen. Feuerballen nicht unbedingt, aber Blitzschläge werde ich brauchen. Skelette schürfen, ja, Gule mal weg. Ja, das ist schon nützlich, aber ich habe kein Geld. Also, ich habe kein Geld. Machen wir mal schauen. Aber wenn ich mit Laris losziehe, dann komme ich sowieso an Geld dran. Denn, da werde ich ein paar Mobs töten, ein bisschen, äh, ein bisschen Loot einsammeln. Und dann komme ich schon wieder an Geld dran. Jetzt schaue ich mal, mal abspeichern. Denn, eventuell, glaube ich, kann ich hier hochspringen. Und über den Weg zu Skip gehen. Dann, ne, da komme ich nicht, oder komme ich da vorbei? Mal schauen. Das könnte eine kleine Abkürzung sein. Oh, das ist ziemlich tief. Vielleicht muss ich über die Mauer hier einen Zwischensprung machen. Oh, das war zu weit. Ne, das war nicht zu weit. Nur weil ich, nur weil ich, äh, paar Sekunden, äh, Schwimmzeit hier sparen will, nehme ich hier einen richtigen, gefährlichen Weg. Weil besonders tief können wir in Gothic nicht fallen. Also, paar Meter und dann bin ich schon tot. Aber gut, das hat funktioniert. Muss man mal dran denken, dass ich hier in der Bucht, äh, in der Bucht da hinten noch weiterschwimme. Oh, Klappmuscheln. Ach ja, ich wollte ja auch mal die Muscheln aufmachen. Äh, in der Bucht noch weiterschwimmen, weil da ist noch was. Aber, wie gesagt, die Warge. Äh, sind momentan nicht so gut. Vielleicht kann ich das Paket aufmachen. Das habe ich noch nie probiert. Das mache ich gleich, das speichere ich mal ab. Jetzt mache ich erstmal die Muscheln auf. Moment mal, die haben so einen Verkaufswert von 60. Und ich glaube, ich werde ziemlich viele Nieten rausziehen. Vielleicht macht es sogar Sinn, die zu verkaufen. Es wird wahrscheinlich mehr Sinn machen, die zu verkaufen, aber dafür ist meine Neugier viel zu groß. Es wurscht, wenn ich, äh, nur Nieten rausziehe. Also, wie viele Nieten sind es gar nicht mal. Na, das war doch gar nicht so schlecht. Es gibt noch Muscheln. Wo sind die denn? Es gibt doch noch Hornmuscheln, oder? Äh, da. Nee, Klappmuscheln. Nichts zu holen. Ja, toll. Muschelfleisch, super. Ein bisschen Schwefel. Ja, die hätte ich vielleicht verkaufen können. Aber egal, dafür ist meine Neugierde viel zu groß. Ich speichere jetzt mal ab. Und schau mal, ob ich Skip sein Paket aufmachen kann. Das habe ich noch nie probiert. Ähm, da. Nee, kann ich nicht. Gut. Ich habe nichts. Ich habe es nicht probiert, Skip, hier. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll. Was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will drei Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein nur noch Forderungen. Hier, gib ihm zwei Flaschen. Damit soll er zufrieden sein. Ja, da hat Skip schon recht. Ich meinte, man konnte Skip auch mal von Greg erzählen. Ich frage ihn noch ein letztes Mal. Vielleicht hat sie mir jetzt was getan. Ich habe dir schon gesagt, ich... Okay. Da hat sich nichts getan. Ich meinte, man konnte Skip mal von Greg erzählen. Na, ich weiß es nicht mehr. So. Ja, Taschendiebstahl. Dann könnte ich hinter auf die Diebesgildenhöhle. Diebesgildeninsel. Aber ja, kein Geschick bedeutet kein Taschendiebstahl. Das werde ich dann wohl machen, sobald ich den Geschicklichkeitstrank habe. Ich hebe das alles mal auf. Jetzt muss ich mir mal überlegen. Erst mal Sicherheitshalber mal abspeichern. Weil Sagitta will ja, glaube ich, den Sonnenaloe. Und der ist beim schwarzen Troll. Dann müsste ich da eigentlich erst auch mal irgendwie hin. Aber gut. So, Piratenhandel kann ich machen. Jetzt könnte ich eigentlich mit Laris mal losziehen. Oder ich mache erst mal den Piratenhandel fertig. Und dann kann ich mal überlegen, ob ich jetzt schon mit Laris losziehen soll. Weil dann lasse ich mich zu Onas Hof bringen. Dann komme ich genau bis zur Taverne, zur Toten Harpie. Da kann ich dann den Leere, den Krug in einem Zug-Quest machen. Ja, und dann finde ich mich da draußen schon. Da finde ich schon eine Beschäftigung. Kann hier noch ein paar Scavenger umhauen. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ich lasse mich dann mal zu Onas Hof bringen. Aber jetzt mache ich erst mal das Quest hier fertig. Soweit ich weiß, kriege ich jetzt sowieso fast überhaupt keine Belohnung hierfür. Ich habe den Rumpf und Skip. Er hat mir allerdings nur zwei Flaschen gegeben. Verdammt teuer. Was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Und das hier muss dir reichen. Ja, zehn Gold. Zeig mir deine Ware. Aber egal, ich mache es ja nicht wegen dem Gold. Sondern wegen den EP. Ja, zu rüstig würde ich gerne noch auskaufen. Ich habe leider kein Geld. Ah, da bist du ja wieder. Das ist der Schreck. Ich schaue mal. Zeig mir deine Ware. Ob ich mir etwas Geld besorgen kann. Ich habe was anderes Geld. Zum Beispiel, das kann... Ach ja, das ist der ganze Schrott von den... Von den ganzen armen Bürgern, die ich im Hafenviertel verhauen habe. Das weiß doch inzwischen jeder. Ja, die sind eh nur einen Gold wert. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwo mal eine Quest gibt, wo man Hammer braucht. Meines Wissens nicht, aber ich behalte lieber mal welche. Ja, Kochlöffel weg mit dem Zeug. Ja, Innostatue brauche ich, soweit ich weiß, nicht mehr. Also weg damit. Ja, Blutkelche. Ja, die werde ich auf jeden Fall verkaufen. So, 1, 2, 3 Kreuzstänge. Mal verkaufen. Das werde ich alles behalten. Rostige Axt, ja. Weg mit den ganzen... Oh, die sind 30 Gold wert, die Degen. Ja, weg mit den Degen kriege ich eh noch genug von. So, weg, 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 weg. Ja, ein bisschen Gold kommt doch zusammen. So, den Rest hebe ich auf. 336 Gold, das ist, äh, nicht besonders viel. Aber, Zuriss... Zeig mir deine Ware. Ich werde dir auf jeden Fall... Einige... Moment, Monsterschrumpfen fällt mir gerade ein. Moment mal, wo ist denn die Monsterschrumpfenspruchrolle? Wurde die entfernt? Hat Atari ja die Monsterschrumpfenspruchrolle entfernt, oder habe ich die schon gekauft? Ich sehe sie nicht. Ich schau mal, Blitz, Veranuf, 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 blablabla, blablabla... Drachensnapper, nicht eigentlich alles, Veranuf, Veranuf, ha? Großer Feuerball vergessen. Die Monsterschrumpfenspruchrolle ist weg. Wie soll ich mich denn jetzt gegen den schwarzen Troll behaupten? Hm. Hm. Ich könnte mich in Drachensnapper verwandeln. Ich könnte einen Golem beschwören. Ja, also Golem erwecken werde ich brauchen. Wobei, ich hole mir mal einen Blitzschlag. Und... Einmal Untote vernichten vielleicht. Ja, einmal Untote vernichten. Ja. Ich hoffe, den Eisberg... Ja, den Eisberg habe ich mir eh schon gekauft. Der ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ich habe momentan sowieso noch keinen Mahler, um irgendwas davon zu kasten. Also... Momentan ist das alles noch völlig wurscht. Eigentlich sollte ich bei den... Im Paladin-Haus hier mal einbrechen. Steht André draußen. Nee. Dann müsste ich eigentlich hier reinkommen, ohne dass mich jemand sieht. Ja gut, dann kann ich auch gleich meine Strafe bei André bezahlen. Oh, der wird mich sehen. Der Miliztyp, der da trainiert. Nee, der sieht mich nicht. Weil ich möchte hier gerne... Alles ausplündern. Den Honig werde ich brauchen, weil ich meine, dass der Apfeltabak in Kombination mit dem Honig... ...dass ich den an Abugin verkaufen kann. Das speichere ich erst mal ab. Hier müsste irgendwas drin sein. Ein schwerer Goldteller. Ona und Maria. Und ein Turmschlüssel. Ja. Zum Hof des Großbauern werde ich gehen. Da kann ich Maria dann die Schüssel geben. Hier links am Rand liegt zu weit. Ich sehe nichts mehr. Ich schaue mal da hinten noch auf dem Tisch. Und nehme das noch mit. Oh, da pennen ein paar Milizsoldaten. Ah, die dürften mich nicht sehen. Das passt schon. Bei meinen Schleichkünsten, wie ich vorhin Koragon bestohlen habe, das war ja... Das war ja Meisterdieb. So. Jetzt schaue ich mal. Es kann sogar sein, dass die mich jetzt sofort umhauen, wenn ich hier rausgehe. Ich meine, da war mal was. Dass die dich sofort angreifen, wenn die dich hier drin sehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall. Nee. Ja, ich bezahle schnell meine Strafe bei Lord André. Wenn du dich mit dem Gesindel im Hafen herumprügelst, ist das eine Sache. Aber wenn du Bürger oder Soldaten des Königs angreifst, muss ich dich zur Rechenschaft ziehen. Oh, ich habe vielleicht gar nicht genug Gold. Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht dir bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe zahlen und die Sache ist vergessen. Wie viel? 100 Goldstücke. 100! Habe ich so viel? Äh, Vorsicht, dass ich jetzt auch das Richtige wähle. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Okay, ich habe es so viel. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Einigermaßen. Hä? Wieso 100? Okay, jetzt frage ich ihn erstmal das. Da bricht er mich, glaube ich, eh gleich ab. Wegen der vermissten Leute. Hör bloß auf mit der Geschichte. Ich habe andere Sorgen. Ja. Da sagt er, glaube ich, eh nicht viel zu. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ja, ihr seid wegen dem Erz hier. Sag es mir doch. Das will ich nicht. Ich schaue mal kurz ran. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Wobei ich nicht glaube, dass irgendwas drin ist. Ja. Ist nichts drin. Gut, so weit, so gut. Hier sind jetzt, glaube ich, Leute drin. Das heißt, hier kann ich eh nichts klauen. Ja, da kann ich eh nichts klauen. Wobei, vielleicht sehen die mich gar nicht. Vielleicht bin ich so weit von dem entfernt, dass ich hier einen Lederbeutel klauen kann. Siehst du mich? Äh, ja. Aber das war der Schmied, der in die andere Richtung geguckt hat, glaube ich. Also wenn ich schleiche, könnte es funktionieren. Ach nee. Der. Vielleicht, wenn ich ganz in die Ecke gehe, vielleicht geht es dann. Ja, das hat funktioniert. Ja, ich sag es ja. Meisterdieb, ne? So, gibt es hier noch irgendwas, was ich klauen kann, wenn ihr schon in die andere Richtung schaut? Das kann ich vielleicht auch klauen. Mein Gott, bin ich ein Meisterdieb. Okay, die Truhe würde ich sehr gern plündern, aber da geht momentan gar nichts. Was willst du? Pack ist nicht da. Also kannst du hier auch nichts bekommen. Komm später wieder. Okay, will stärker. Das will ich momentan leider überhaupt nicht. Gut, die Truhe sollte ich vielleicht versuchen nicht zu vergessen. Genau wie die Bucht nach Skip. Dass ich da auch noch weiter schwimme. Und der bringt mir, glaube ich, nur Bogenschießen bei. Beziehungsweise Armbrust. Das brauche ich momentan aber auch nicht. Wobei, ich ratsche mal mit ihm. Hey, was machst du hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust. Und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Kannst du mich trainieren? Nein, ich trainiere nur die Männer, die im Dienste des Königs stehen. Niemand sonst. Aber gute Leute können wir immer gebrauchen. Also, wenn du der Miliz beitreten willst, sprich mit Lord André. Nein, danke. Gut, ich wollte eh nur gucken, ob du vielleicht doch zufällig irgendeine Quest hast, die ich sonst immer übersehe. Vielleicht haben auch diese ganz normalen Bürger, die alle nur sagen, kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Oder wo finde ich das? Oder wo finde ich dies? Vielleicht haben die auch irgendwo einen Dialog versteckt, den ich bisher nie gefunden habe. Weil ich meine, die Bürger erzählen ja alle immer nur das Gleiche. So, jetzt werde ich wohl mit Laris losziehen. Und zwar zu Onas Hof. Dann komme ich bei der Taverne raus. Und kann da mich mal ein bisschen umschauen in der Nähe von der Taverne. Und kann Laris mal ein paar Überstunden schieben lassen, indem ich zumindest ein paar Viecher zu ihm logge, so ein paar Scavenger oder so. Aber jetzt werden wir mit Laris losziehen. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen, denn das wird ein etwas größeres Unterfangen. Beziehungsweise zu Onas Hof eigentlich nicht, aber nichtsdestotrotz werde ich an dieser Stelle mal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und dann werden wir mit unserem Freund Laris mal etwas die Gegend außerhalb der Hafenstadt hier unsicher machen. Aber das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.